Ich hoffe, es funktioniert. Ja, war ja klar. Wieso hätte es ja auch sollen? Versuchen wir es nochmal. Let's run to find another day! Ich glaube, jetzt das funktioniert. Genau. Einmal hier rum. Und dann hier rein. Wolke. Wolke. Perfekt. Ich glaube, das Spiel für als Let's Play auszuwählen war vielleicht nicht gerade das cleverste. Ach komm, bring mir's hinter uns. Hilft dir auch nichts. Nehmen wir erst mal das Vieh. Ja! Na, das war doch leicht. Warum haben die es eigentlich immer auf Sango abgesehen? Was ist denn mit denen los? Und jetzt auf diesen grün, äh, grün, äh, lila, lila, gummi, mensch, knet, gummi, mensch, keine Ahnung. Sieht aus wie so eine ekelhafte Knetfigur. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, flame, burning bright! Und der scheint auch nicht so leicht zu sterben, der Penner. Und der ist auch nicht so leicht zu sterben. Oh, flame, burning bright! Oh, flame, burning bright! Oh, flame, burning bright! We're just getting started! We're just getting started! Thanks! Be soon! Right! Ah! 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 Leave it to me! Ah! Ah! So, ich denke mal mit zwei weiteren Leute, dass ich das jetzt erledigt habe. Ja, perfekt. Zupi. So langsam wird es doch mit dem Level. Found, Doc, Tooth, Violet. Was auch immer. Wir müssen noch ein Stockwerk nach oben. Perfekt. Du sollst das aufheben. Heb das auf. Heb das auf. Ah! Perfekt. Got a passage key from the creased samurai. Oder the creased? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst beim Lesen. Willst du dieser Person helfen? Ja, wollen wir. Boah, ich lese das jetzt nicht alles vor. Ja, wollen wir. So. Zwei gerettet. 28 sind noch übrig. Wir können rechnen. Okay. Das sollte jetzt eigentlich relativ zügig gehen. Ich sollte mal eine große Klappe halten. Oh, nein. Oh, nein. Vergiss es. Oh, nein. Vergiss es. Ich bin nie beim ersten Mal. Ja, super. Treffen noch nicht mal. Ja, hat geklappt. Okay. Ich muss jetzt hier... Und direkt in die Wolke reingerannt. Obwohl ich weiß, dass da eine ist. Oh. Das sind auch noch vier Stück. Die verdammten Trecksäcke. Ich glaube, wenn der erst mal weg ist, dürfte das ein leichtes sein. Vielleicht kann ich die auch so irgendwie... Aber es geht halt immer nur auf einen Feind. Das ist halt blöd. Ich würde gerne mal eine Attacke haben, die halt auf alle drauf geht. Damit alle gleich Schaden nehmen. Hat die überhaupt getroffen? Na, war ja klar. Das macht dieses Spiel doch mit Absicht. Naja, wirklich gut war es, aber nicht. Aber ich glaube nicht, dass es diesen Gummimann umbringt, wenn ich den jetzt noch mal angreife. Oder doch. Perfekt. Hätte ich das gar nicht gedacht. Oh, der links dürfte ja schnell und schmerzlos gehen. Aber erstmal der, der als nächstes dran ist. Ah, sehr gut, die sind alle nicht so stark. Ja, aber die können sowas. Ist das ungerecht. Oh, noch einen. Hat wohl nicht geraten. So, machen wir es schnell. Ja, quatsch nicht. Aber in diesem Spiel levelt man unheimlich schnell. Muss ich wirklich zugeben. Ist da noch eine Wolke? Nein. Aber jetzt muss ich, glaube ich, bei der Treppe hinten ganz nach oben. Ganz nach oben. Oh, da kann ich mich noch nicht mehr irgendwie... Oder? Doch! Dran vorbeischleichen. Noch eins nach oben. Perfekt! Hier war irgendjemand Wichtiges, oder? Seltsam. Ich habe doch diesen komischen Key. Hä? Wieso denn nicht? Was? Wo muss ich denn jetzt hin? Da! Nein! Das fängt jedes Mal aufs Neue an, dass ich hier wieder anfange, in diesem blöden Schloss nach dem Weg zu suchen. Jetzt renne ich aber auch nur einmal, glaube ich, drumherum. Das bringt mir auch nicht viel. Komm und geh mich! Ach, komm schon! Dafür abschützt echt keinen Nerv. Ich komme aus hier! Was denn jetzt? Was war denn das? Was war denn das? Ich würde fast behaupten... Ich glaube, mir ist das Spiel abgeschmiert. Verdammte Scheiße! Oh, da könnte ich was zu viel kriegen! Ähm... Oder? Passiert denn noch was? Nee? Ich höre Musik, aber ich sehe kein Bild. Was ist denn los? Oh mein Gott! Sorry, äh... Ja... Ein bisschen abruptes Ende. Ich werde jetzt... Für heute aufhören. Oder hier zumindest erst mal abbrechen und dann... Schnell nachspielen. Und, ähm... Ja... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sorry für... Das hier, aber... Ist halt nicht mehr die jüngste meine Playstation 2. Dann macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!